Ich melde mich dann so bald wie möglich Hallo Leonard, Carla hier Schade, dass du vorher nicht auf Königsbrunnen warst. Ich hätte gern noch mal mit dir geredet über Susanne und die Sache mit Friederike Ja, vergiss es. Ich melde mich die Tage noch mal Tut mir leid, dass ich erst so spät komme, aber es ging nicht früher Na ja, zum Beispiel mit dem PSG-1 und der richtigen Munition und dem richtigen Zielfernrohr, dann geht das schon Wer noch nicht? Von PSG-1, 208 Millimeter Was noch nicht? 589 Millimeter Gewicht? 8,1 Kilo Effektive Reichweite? 600 Meter Das ist gut Checker zu Was machst du da? Was ich gestern Abend schon vorhatte, bin ich nicht eingeschlafen mehr Aber dafür haben wir gar keine Zeit, wir wollten doch heute morgen den Kinderwagen aussuchen, weißt du noch? Aber das können wir doch auch später machen, oder morgen, oder nächste Woche Papa Was ist denn? Hm? Nichts Ich liebe dich Und unser Baby Und ich liebe dich Ich hatte schon solche Angst, die ganze Sache würde alles kaputt machen Aber ich muss mir doch keine Sorgen machen Ist doch alles wieder gut zwischen uns, oder? Tja